Hallo zusammen, heute fangen wir uns ein Gala Flunschlick. Flunschlick kann an vier Orten gefangen werden. Hier sind wir in der Gala Mine 2. Man kann sie hier an den kleinen Bällen finden oder sie tauchen auch versteckt mit einer 5% Chance auf. Die Fangchance beträgt 17,5% bei voller Gesundheit mit einem normalen Pokéball. Schiel Erfolg beim Fang.